Willkommen zurück, es geht weiter. Wir müssen immer noch versuchen, die wunderschönen Fackeln zu entzünden, irgendwie. Und wir sollten möglichst eine gute Reihenfolge wählen, dass wir die möglichst spät anzünden, die ganzen Dinger. Und ich würde sagen, wir fangen mal so an. So. Und so. Das könnte klappen. Ja, reicht. Und hier müssen wir auch aufpassen. Ah, verdammt. So. Haut mal ab. Wow. So. Magie. Wir bekommen die Karte. Juhu. Und einen kleinen Dungeon Key. So, hier wieder hin. Und hier. Ah, scheiße ist das hier. So. Ah, gut. Das war jetzt mal ganz gut. Ähm, dann geht's wieder zurück. Komm her. Ach. So. Ah. Ah, was muss man ganz kurz überlegen. Ah. Ah. Ach. doch. So, dann geht es hier oben weiter. Wenn das dann richtig ist. Scheint so. Verdammt, oh. Zwei Herzen, Gott sei Dank. Komm her. Mann. Verdammt. So, äh, Schlüssel. Dann geht es weiter. Ah, verdammt. Ein mieser Raum, wie ich finde. Gut. Hier brauche ich den Enterhaken. Ne, Quatsch. Ein Boomerang brauche ich hier. Ah, die stehen hier auch so scheiße. Gut. Ja, was soll ich denn da machen? Vollidiot. Penner. Uah. Äh, das war doof. Das war doof. Ich hab ne Idee. Ach ne, das war ja wieder doof. Ich bin tot, glaub ich. Noch nicht, aber fast. Ah, das glaub ich noch in dem Rhein. Verdammt. Nein. Hehe. Ja, das war jetzt leicht doof. Aber ich komm hier sonst nicht weiter. Weil's wirklich so scheiße ist hier. Ähm. Boah. Ist das mies hier. Hau mal ab. Boah, ich komm hier nicht weg. Boah, ist das mies. Ich komm da gar nicht weg. Weil der auch so scheiße da steht. Gut. Dann muss ich halt anders irgendwo hin. Hm. Hm. Klein Pistonier. Gott, eingeschläfert gehört ihr. Ja, ist mir scheißegal, ist mir das. Das ist nicht zu glauben. Ich lach mich hier nochmal irgendwann schlapp. Das Spiel macht noch keinen Spaß mehr, wirklich. So ne miese Kacke. Naja, wir leben immerhin noch. So sollten wir uns ja freuen. Juhu. Das reicht mir, Freude. Brauchen wir nicht. Komm mal her. Na, verdammt. Ich will ich lieber eingefangen haben. So. Ähm. Ich bräuchte Herzen. Dann nicht. Magie. Nimm ich auch zur Not. Dann mal hier hoch. Und hier weiter. Ah, was für ein doper Dungeon. Okay. Wo bin ich hier am besten lang? Ich gehe einfach erstmal hier lang. Bis am nächsten irgendwie und keine Ahnung. Oh, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Vielleicht kommen die hier nicht durch. Verdammt. Ich bin zum Dings geworden. Zum Bunny. Oh, 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 oh. Wir müssen aufpassen. Kommt her. Aber nicht zu schnell am besten. Ah, verdammt. Müssen wir aufpassen, dass wir ja, äh, nicht das Auge angucken. So ist gut. Und dann hier lang. Und hier haben wir den Dungeon Key. Juhu. Schon mal gut. Ähm. Jetzt hier rein. Ich habe keine Ahnung. Oh, eine Mana-Dings. Ähm. Ja. Das ist gut. Ah, wie schön. Jetzt geht es uns wieder ein wenig besser. So, und dann geht es weiter in unserem schönen Tempel. Der mir so gefällt. Gehen wir jetzt mal hier lang. Bam, 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 bam. Oh, verdammt. Das ist ein doofer Raum, wie ich jetzt schon denke. Oh, verdammt. Störe. Nein, Bunny-Ding. Hau ab. Ah, leckt mich doch. Herz. Ich fühl wieder zurück. Geht doch. Komm doch her. Hau doch nicht ab. Der haut ab. Ah, der hat die Schlüssel natürlich nicht. Oder ohne Schlüssel. Das ist ja hier einfach nur töten. Und dann. Oh. Nicht viel. Ah, der hebt immer noch. Mann, Mann, Mann. Ähm. Unten rechts. Das war, glaube ich, schlecht. Unten ist wohl richtig. Äh. Links, rechts. Gehen wir mal links. Oh. Super. Gehen wir mal hier in die Ecke. Mieser Dungeon. Ich hasse ihn. Neben dem Eis-Dungeon. Oh. Hier haben wir eine große Kiste. Das ist immer schön. Äh. Dingens-Stab brauchen wir. Und wir haben den Spiegelschild. Damit lassen sich Strahlen abwehren, gegen die dein altes Schild machtlos war. Super. Das ist schön. Damit können wir auch weiter. Ja. Genau. Bam, 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 bam. Hier sind wir. Die müssen wieder aufpassen, glaube ich. Ah. Mein Gegner. Komm her. Ah, verdammt. Ah, ist das mies. Ah, verdammt. Das ist doch nicht zu glauben. Ah. Links, rechts. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Gehen wir mal nach rechts. Das war wohl schlecht. Aber warte mal. Wir können auch gucken, ob wir vielleicht... Was haben? Eine Bombe. Naja. So mittelprächtig. Okay. Ähm. So. Das ist einfach. Oh, und das ist, glaube ich, nicht einfach. Ja. Das ist ein Todesraum für mich. Da werde ich so was von ablosen. Und ihr werdet es live miterleben. Ähm. Scheiße. Äh, ja. Los geht's. Irgendwohin. Ja, hallo. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Hallo. Äh, hallo. Ich fahre hier irgendwie besinnungslos umher. Im Kreis. Fahre ich im Kreis? Nach oben. Ich habe keine Ahnung, wo ich langfahre. Wie ich mich hier bewegen kann. Das war schlecht. Nach rechts, nach oben. Kann man euch das hier nicht machen? Ich kann mich nicht gesteuern. Ich fahre hier, glaube ich, gerade nur im Kreis, oder? Kann das sein? Ja, ich fahre hier gerade nur im Kreis. Egal. Ich mache hier mal einen Schnitt. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin macht's gut.